Mädel heute und herzlich willkommen bei meinem neuen Schuhvideo und zwar habe ich im anderen Video schon meine Rebux Schuhe aus gepackt, Link in der Beschreibung und heute ist noch ein anderes Paket von Zalando und zwar schauen wir mal zusammen dort hinein schauen wir mal hinein ein Reisungspaket, mal schauen was uns da erwartet Rechnung nehme ich gerade mit so wir haben noch einen von U-Turn S-Paar von Puma S-Paar und nochmal von U-Turn S-Paar das ist nicht mehr drin, ok hier sind wir schon auf der Bode einmal mal U-Turn Schauen wir mal hinein, was wir da haben schön verpackt wunderschöne blaue neue Sneakers Schauen wir mal die jetzt einmal an und zwar habe ich die bestellt, dass ich Schuhe habe mit Dämpfung in der Sohle das heisst richtig schöne weiche Sohle auch bekannt als Memory Form auch bekannt als Memory Form hier kommen wir mal die an vom Aussen her mega schön schön blau Fühlt sich jetzt nicht so qualitativ hochwertig an als nächstes kommen wir meine Pura Schuhe Schauen wir mal was könnte verwendet einfach nur so wichtig zu verpacken drei Milchstunden und klein die sind aber schön Das ist eine kleine die Schuhe das ist auch eine Ecke die 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 muss ich sagen ja tipptopp und etwas letztes nochmal das Perlefolio-Tür noch einmal genau das gleiche vorher diesmal eine Größe grösser die anderen waren 45 und die sind jetzt 46 ich hoffe es hat euch gefallen Like und Abonnieren nicht vergessen bis dann